Es kommen jetzt ein paar Angebote für alle Leute, die gerne die Sparen bei mir kaufen. Joghurt hat viel mit Kultur zu tun. Je nach Sorten braucht es nämlich schweizerische, echte bulgarische und Kulturen mit Acidophilus und Bifidusbakterien. Weil man aber nicht nur von Kultur allein lebt, hat es in den Coop-Joghurt auch noch viel gesunde Milch und aromatische Früchte und weil bei Coop jetzt alle Joghurte 15 Rappen günstiger sind, hat man wieder mehr Geld für Kultur. Merkst du etwas? Ebenfalls günstiger sind morgen bei Coop die feinen Schokolade von Gaillet. 5 Tafeln kosten nur 6,50. Also, bis morgen im Coop.